Und der 1. FCS, da war es mehr als Pflichterfüllung. Da war es heute wieder eine Kür, die angesagt ist gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg und Weltmeister Miro Klose. Und die Fans auf den Rängen, von ihnen sollte die entsprechende Unterstützung wie in der vergangenen Saison da sein. Sie wünschen sich nichts mehr, als mit dem FCS auf die nächste große Pokalreise zu gehen. Aber erstmal ab in den Ludwigspark mit Matthew Genet Schön. Miroslav Kloses Weltkarriere begann vor 25 Jahren, nur knapp 50 Kilometer entfernt, beim FC Homburg. Heute geht es für ihn und seinen 1. FC Nürnberg wieder ins Saarland zum Pokalschreck. Der FCS-Halbfinalist der vergangenen Saison will auch in diesem Jahr zum bösen Schreckgespenst werden. Dafür müsse seine Mannschaft aber mal wieder über ihre Grenzen hinauswachsen, sagte Rüdiger Ziel. Sein Team in Blau-Schwarz läuft aber erstmal nur hinterher. Nürnberg presst früh, er zwingt den Ballverlust von Patrick Schmidt. Und dann macht es der Zweitligist direkt mal schnell. Der Ball kommt zu Flick. Der findet Michael Sevcik. Und der hat freie Platzwahl. 1 zu 0. Nürnberg, 12. Minute. Marke Traumtor. Ja, aber wie frei Sevcik da zum Abschluss kommt. Zeit ist zu weit weg. Menzel im FC-Tor ohne echte Chance. Die frühe Führung. Für das Klose-Team in Ordnung. Für den FCS dagegen anscheinend ein echter Weckruf. Nur 6 Minuten später. Stehle. Dann kommt der Ball zu Sontheimer. 1. Hallobach aus der 2. Reihe. Das ist ein sehr guter Abschluss. Ansonsten kam von beiden Teams nicht viel in Halbzeit 1. Zur Pause bringt Rüdiger Zidane echte Pokalpower. Erst Brünker, dann Ziveya. Beide haben ja vergangenes Jahr gegen den KSC in der ersten Runde getroffen. Und besonders Tim Ziveya bringt erstmal Schwung in dieser Brünker-Offensive. Erst der Freistoß, über den wir gleich nochmal reden. Aber dann leitet er direkt die nächste Chance ein. Rizzutos Distanzschuss wird zur Vorlage für Stehle. Martina ist da. 56. Minute. Aber was durch die Stehle-Chance völlig untergegangen ist. Der FCS hätte nach dem Freistoß einen Handelfmeter bekommen müssen. Klare Fehlentscheidung vom gut stehenden Schiri Bastian Dankert. VAR gibt es im Pokal leider erst ab dem Achtelfinale. Viel Zeit zum Ärgern bleibt aber gar nicht. Keine 10 Minuten später. Wieder strittige Elfmeterszene. Und wieder gibt Dankert ihn nicht. Aber diesmal zu Recht. Das Foul an Naifi. Klare Sache. Aber viel wichtiger ist, was kurz zuvor abseits des Balles passiert. Am unteren Bildrad reißt Brünker nämlich. Nürnbergs Caraffi hat umgut gesehen. Dummes Foul, das den FCS hier knapp 20 Minuten vor Schluss den vermeintlichen Ausgleich kostet. Von Nürnberg kommt nach der Pause viel zu wenig. Und was das bedeuten kann, mussten hier in der vergangenen Saison doch schon Gladbach und die Bayern erfahren. 80. Minute. Rizzuto. Und dann Kai Brünker. Wahnsinn. Oops, they did it again. Kai Brünker macht aus dem Ludwigspark schon wieder eine Pokal-Wunderkiste. Aber wie gut ist dieser Abschluss bitte? Eine Mischung aus Ibrahimovic und Haaland im Prinzip nicht zu verteidigen. Der Ausgleich nach dieser zweiten Hälfte auch absolut verdient. Und die Verlängerung sparen wir uns guten Gewissens und springen direkt ins Elfmeterschießen. Das erste Duell. Das erste Duell. Thaiman-Dumann gegen Philipp Menzel. Thaiman-Dumann trifft 1 zu 0 Nürnberg. Danach Calogero-Rizzuto gegen Christian Martegna. Auch er verwandelt sicher vor der Gästekurve. Nächste Runde. Wieder legt der Klub vor. Florian Flick. Menzel zwar in der richtigen Ecke, aber zu spät. Danach Tim Civea. Mit dem erneuten Ausgleich für den Drittligisten. Bislang alle Schützen treffsicher. Janni Serra bringt Nürnberg mit richtig viel Dusel wieder in Führung. Dramatisch dieses Elfmeterschießen. Die Frage, wer patzt als erstes. Saarbrückens Kapitän Manuel Zeitz läuft an. Martegna hält. Der Schuss zu unplatziert. Und jetzt hat der Zweitligist alles auf dem eigenen Fuß. Lukas Schleimer tritt an. War mal an Saarbrücken ausgeliehen. Und Schleimer baut die Führung aus. Jetzt muss Brünker treffen. Sonst ist das Ausbesiegelt. Aber Brünker bleibt cool. Trocken oben rein. Und deshalb jetzt alle Augen auf Raphael Lubach. Trifft er. Ist Nürnberg weiter. Verschießt er. Geht das Elferschießen weiter. Und die Hoffnung des FCS lebt. Aber er trifft. Ganz cool. Der FC ist raus. Und dieser Stachel sitzt richtig tief. Ja, es tut weh. Weil ich glaube, die Mannschaft hat nach einer Viertelstunde ein richtig gutes Spiel gemacht. Am Anfang haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Auch mit dem 0-1 durch den Ballverlust im Mittelfeld. Aber ab dann hat die Mannschaft einfach richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, ebenbürtig einfach gegen ein Zweitligist. Das ist die Phasenweise, finde ich, jetzt auch besser gespielt. Sich am Ende belohnt für ein großes Risiko, dass wir eingegangen sind. Und natürlich brutal dann im Elfmeterschießen zu verlieren. Ja, ist dann schade, dass man da verliert. Aber es hat auch einen Vorteil. Jetzt können wir uns voll auf die Liga konzentrieren, sparen uns da ein paar Körner und können da jetzt auf Punktejagd gehen. Klar wünscht man sich, dass man, wie wir es letzte Saison hatten, so den Lucky Punch setzt irgendwo. Aber es ist uns heute nicht gelungen. Dann hätten wir es halt im Elfer schießen gerichten müssen. Aber das hat ja leider auch nicht funktioniert. Der Pokalschreck, der erste FC Saarbrücken. Er war schon wieder so nah dran an der nächsten Sensation und verabschiedet sich nach dieser Leistung eigentlich zu früh aus dem DFB-Pokal.